Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Greek. Das Spiel knallt hier mit den FPS sowas von durch, also das ist... Ich kann wahrscheinlich sagen, dass das Spiel auf jedem Rechner laufen wird. Wahrscheinlich sogar auf Tablets oder so. Ich habe gerade, als die Aufnahme aus war, hier im Spiel über 1000 Frames per Second gehabt. Das ist absoluter Wahnsinn. So, herzlich willkommen zur vierten oder dritten Session. Ne, es muss die dritte sein. Ich dachte, da war doch gerade eine Person. Wo ist denn die hin? Hä? Da war gerade eine Person. Ich habe die Person angeklickt zum Reden und da war es ein Pilz. Aber dann heißt das, ich habe jetzt drei Pilze, ne? Ja! Ist er noch? Genau, wir sollen zu Rion zurück. Komm mal mit. Komm mal mit der Steuerung durcheinander. Ich habe dich gar nicht gesehen. Wo warst du? Ich habe gehört, du hilfst Horus. Ich wünsche, dass ihr mich auch Erkundung machen. Ich kann Walgors Gedämmer... Gedämmer? Gehämmere nicht mehr erhöhen und das ewige... Das reicht, die Rehnen. Hör auf, die zu beschweren. Wir brauchen mehr Waffen, um diesen Ort zu verteidigen. Oh, der alte Brummbär. Egal, ich kann dir wohl mein Inventar zeigen, schätze ich. Ich habe... Ne, aber... Achso. Zu dir soll ich gar nicht. Ding, 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 ding. Ja. Da ist die Quest auch durch. Sehr gut. Also, wir müssen immer noch Seide finden. Wir müssen doch mit Zack sprechen. Wo ist Zack? Wer ist Zack? Ist du Zack? Du bist Zack. Zack gegrüßt, mein Junge. Die Spächer sind hier. Sie müssen bald aufbringen. Du kannst mit ihnen über ihre Ausbildung sprechen. Ich habe die Plagenfledermäuse besiegt. Ausgezeichnet. Und wie ich sehe, hast du keine Probleme damit, dich in den Gegnern, die die Lage mit sich bringt, zu stellen. Das zeigt mir, dass du auf dem Weg zum Speer vorankommst. Es gibt noch viel zu lernen, aber jetzt bringe ich dir eine neue Technik bei. Uh, neue Technik. Bitte nicht mit Armbrust. Bitte was mit Schwert. Yes. Okay. Oben und X. Machen wir einen Uppercut. Okay. Dann können wir jetzt das hier. Und das ist viel einfacher zu machen. Das ist cool. Oh, wo ist denn neue Quest? Brauchst du etwas? Ich würde gerne meine Ausbildung fortsetzen. Ich wüsste nicht, was dich von dem Ziel abhalten könnte. Sehr gut. Ich denke, du bist bereit. Für den letzten Teil. Die Kahane sind aggressiv. Achso, das sind diese kleinen Katzen, ne? Genau. Sie sind dafür bekannt, sich von hinten anzuschleichen und anzugreifen. Lauf nicht vor ihnen weg. Sie werden versuchen, dich in die Ecke zu treiben. Besiege ein paar von ihnen und bring. Ich bring dir eine ausgefeilte Kampftechnik. Eine ausgefeilte Kampftechnik? Ja, mit der Technik wüsst du über einen deutlich vorteiligen. Oh, ein deutlich vorteil ist cool. Gut, die Prüfung wird die schwierigste. Also vorsichtig. Fünf Stück. Wer bin ich, Chuck Neuss? Fünf. Ja, klar. Ich gehe fünf Katzen klatschen. Wie zöblicherweise eine... ...Gegneransicht oder so. Damit ich sehen könnte, was das überhaupt sind. Nö. Ja gut, da oben ist ein Bild von denen. Das sind diese Katzenfischer. Okay, wusste ich doch. Okay, spreche mehr. Was für dich hier? Hast du Materialien gefunden? Nö. Wir brauchen diese Seile. Diese... Was ist das? Oh, so. Diese durch den Teleskop gucken Sache, ne. Die haben wir nicht viele gemacht. Acht Prozent bei... ... ... ... ... Also haben es wirklich nicht so viele gemacht. Den Bruder müssen wir auch noch finden. Das kann ja eigentlich nur hier links entlang sein. Irgendwo ist auch jetzt... ... ...das gab es bei Uri auch. Irgendwo ist jetzt ein Weg offen, den man gehen kann. Den man nur mit zwei Leuten sehen kann. Ich muss merken, das kann... ...das ist ziemlich gut gegen diese Fliege hier. Oder die macht das einfach weg. Da ist eine. Okay, die hat nur zwei. Warte mal, was hat sie in dem Inventar? Die hat davon drei schon. Dann lass mal einen fallen. Oh, das ist sogar schlecht. Muss man aufpassen. Achtung, lebensgefährlich. Äh, ja. Au, sch... Ups. Sorry. Wollte nicht so schnell. Kann man den da oben wegschießen? Äh, warte mal. Nee. Nee, bringt nix. Okay, das ist nicht der richtige Weg, ja. Aha. Ups. Diese Alphäre wurde gefallen. Hm. Ich weiß nicht mehr so richtig, wo ich hinlern muss. Klatsch. Ich probiere jetzt mal diesen Weg. Oh. Ja klar, hier geht's lang. Hier geht's lang. Ach, Mist. Ach, Mist. Da kann man einfach so runter. Hier ist ein Pilz. Den werde ich jetzt aber nicht nehmen, weil ich schon Leben hab. Ich zieh nochmal lang. Mist. Oh, das waren zwei, glaub ich. Oh Gott. Oh, ich bin ja voll tot. Äh, ich korrigiere. Ich bin tot. Äh. Shit. Das hat mich jetzt Zeit gekostet. Ja. Okay, aber ich weiß, ich muss da unten lang. Wie ärgerlich. Ui, da haben die aus der Luft gezogen. Krass. So, das war nicht hier. Das war ein Stück weiter. War doch hier, oder? Ne, das war... Oder? Doch. Das war hier und dann hier runter. Wo kommt der denn jetzt her? Warte mal. Da muss man doch irgendwie hochkommen. Ne. Nicht so auf dem Weg, glaub ich. Also trifft er mich. Fieses Stück. Ich war auf dem falschen Charakter auch noch. Ähm. Aha. Oha. Mal gucken. Ah, shit. Hol ich mir da auch noch was ab. Kurbel, 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 schneller. Tasche voll. Was ist denn das? Ähm. Denkst du jetzt sowieso leben? Eine ausgefeierte Statue eines Bosco sieht wertvoll aus. Kann also verkauft werden. Okay. Okay. Gut zu wissen. Okay. Dann haben wir jetzt also die Geschichte da oben. Das würde ich gerne speichern, weil ich sterbe ja direkt wieder. Bei der Aktion wird in den dicken. Da hab ich halt keine Lust. Puh. Außerdem können wir dann dieses Zeug verkaufen. Dann haben wir dann Tatplatz frei. Wieso ging das Leben jetzt auf sie? Geiziges Viech. Ups. Ah, Baba, 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 Baba. Wer könnte denn den Statut gebrauchen? Ich glaube, die Händlerin in der Mitte. Ja, ja. Du hast aber schon so ein paar Dinge gefunden. Aber was hast du denn da? Ist das eine Bosco-Statue? Dafür würde ich dir einen guten Preis bezahlen. Okay, die möchten es direkt haben. Das ist gut. Was gibt die mir? 70 direkt. Oh, das ist gut geworden. So. Hast du ein neues Schwerdose, was mir Schaden macht? Na ja, ein Wettstein. Aber einen Wettstein will ich nicht haben. Also nicht. Gut. Aber hey, wir haben ein bisschen Geld gemacht. Das ist gut. Ich würde sagen, bevor wir uns jetzt wieder in die Richtung machen, überhaupt da Fortschritt zu machen. Wir haben ein bisschen Fortschreiben gemacht. Wir haben eine neue Technik gelernt. Wir haben Geld gemacht. 70 direkt. Wir sind gestorben. Das ist ganz wichtig. Und hey, eventuell wird es nur Brutzler angeht. Also, bis dann. Đi. Vielen Dank.